So, sehr gut und herzlich willkommen zum einzigen EAFC24 Tutorial mit dem Kicker K. Mein Name ist Bono und nachdem ihr hoffentlich schon relativ gut dabei seid, möchte ich euch heute wieder etwas zeigen, was vergleichsweise grundlegend, aber sehr, sehr wichtig ist. Und zwar etwas, was sich auch sehr, sehr gut in der Trainingsarena üben lässt. Das von dem ihr euch vielleicht fragt, ey Bono, warum zeigst du uns das? Aber es ist sehr, sehr wichtig, das wirklich bis zur Gänze zu beherrschen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die halt vergleichsweise wichtig sind. Und zwar geht es um die Ballrolle, den Trick der Ballrolle. Etwas, was relativ wichtig ist, um zum einen mal sich so ein bisschen zu positionieren, um zum anderen zu gucken, okay, möchte man gegebenenfalls eben direkt aus der nächsten Position heraus den Pass spielen, möchte man irgendwie seine eigene Körperposition ein bisschen verändern, möchte man den Winkel irgendwie zum Gegenspieler verändern, möchte man den anderen Passweg erstmal für sich selber aufmachen, möchte man versuchen, direkt einen Schuss auch zu bekommen für sich und möchte man sonst gucken, ey, kann man sich eventuell so ein bisschen am Gegner vorbeidrücken, kann man gucken, dass man vielleicht auch am einen oder anderen Gegner vorbeikommt, der einen ein bisschen rüde oder ein bisschen unpräzise versucht zu tackeln und damit einfach an den Ball zu kommen. Und da ist eben die Ballrolle das ganz entscheidende. Und das Wesentliche, um die Ballrolle überhaupt ausführen zu können, ist der rechte Stick. Ihr benötigt den rechten Stick, den ihr eben in so einem rechten Winkel eigentlich tatsächlich zu eurer eigenen Laufrichtung drückt und dann auch ganz kurz gedrückt haltet, damit überhaupt erstmal dieser Trick ausgeführt wird. Wenn ihr den jetzt die ganze Zeit drücken würdet, dann würden da auch mehrere Ballrollen hintereinander kommen, das ist ganz entscheidend. Ja, und der rechte Winkel bedeutet jetzt einfach nichts anderes, als wenn ich jetzt mit dem Spieler eben mit meinem linken Stick einfach von links nach rechts laufe, dass ich dann eben mit meinem rechten Stick entweder nach oben oder nach unten drücke jetzt hier und dann jeweils nach oben oder nach unten wird dann auch diese Ballrolle ausgeführt und ihr könnt sehen, okay, auf dem jeweils unterschiedlichen Fuß kann er gegebenenfalls auch liegen, je nachdem auch, was eben für einen starken Fuß euer Spieler vielleicht hat. Ist das vielleicht noch eine sehr, sehr coole Variante. Aber es ist eben sehr, sehr wichtig, gerade in der FC24 das regelmäßig zu machen, auch zum Beispiel nachdem man gerade erst einen Ball angenommen hat, um direkten Tacklings einfach entkommen zu können. Ja, und das ist eben dann vergleichsweise wichtig, dass man das so sehr im Kopf hat, dass man das auch in jede beliebige Laufrichtung machen kann. Ja, weil wenn ich jetzt hier eben von rechts nach links laufe, klar, dann muss ich auch weiterhin den rechten Stick einfach nur nach oben nach unten drücken. Aber wenn ich hier so ein bisschen so einen anderen Winkel habe, ja, dass ich hier eben so ein bisschen quer laufe oder halt mal von oben nach unten, dass ich dann einfach schon direkt weiß, alles klar, in die Richtung muss ich dann jeweils drücken und dann kommt eben idealerweise genau diese Ballrolle zustande. Und dann kann ich daraus heraus entweder schon einen sehr, sehr guten Pass spielen, dann vielleicht sogar einen etwas besseren Pass, als das eben vielleicht vorher möglich war, kann vielleicht ein bisschen warten oder habe auch für mich selber einen eigenen neuen Laufweg kreiert, weil der Gegner eben wirklich an mir vorbeigetackelt hat. Und ganz entscheidend, man kann das auch noch modifizieren, wenn man eben einen Spieler hat, der über entsprechende vier Sterne Tricks verfügt, dass man dann einfach noch L1 dazu rückt. Und dann gibt es eben gegebenenfalls auch noch so einen kleinen Kroketer mit da dran. Ja, also das ist dann einfach ein Trick, wo die Ballrolle einfach so als Animation ein bisschen anders ausgeführt wird oder weil eben von links nach rechts mit reingelegt wird. Aber von der Idee her rein mechanisch ist das dasselbe. Und so könnte man eben auch versuchen, das Ganze für sich selber zu modifizieren, wenn man das mit einem anderen Spieler macht. Aber der Vorteil, diese Ballrolle ist eben erstmal für so ziemlich jeden Feldspieler einfach machbar. Jeder, der irgendwie so zwei Sterne Tricks hat, der kann auch auf jeden Fall diese Ballrolle. Das heißt, das könnt ihr bereits von euch aus. Mit den Innenverteidigern würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber sobald ihr es auf die Außenbahnen bringt, sobald es auf Außenverteidiger geht, sobald ihr vielleicht auch mal im zentralen Mittelfeld seid, Ballrollen, wunderbares Element, um einfach in der FC 24 dafür zu sorgen, dass ihr erstens länger im Ballbesitz bleibt, zweitens den Gegner so ein bisschen dazu verführt, auch gegebenenfalls einfach Wege für euch aufzumachen, die ihr vorher vielleicht noch nicht hattet und dann dementsprechend auch besser nach vorne kommen zu können. In dem Sinne, viel Erfolg damit, trainiert das ein, das ist wirklich wichtig und danke, ciao.